Beeilung! Ich habe noch ein Training! Und unterschätzt mir den Kerl nicht! Ich habe noch ein Training! ARD Text im Auftrag von Funk Okay. 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 Oh! Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero, Genitum non factum consubstantialem Patri, perquem Omnia facta sunt, vi propter nos homines, et propter nostram salutem des Quaelis. Ich dachte, ich stünde darüber. Das tue ich nicht. Es dauerte zu lang. Kostete zu viel. Requiescat in pace, du Bastard. Das glaube ich nicht. Wie kannst du widerstehen? Nett von dir, mir den Apfel zu bringen. Gib ihn her! Euch geht's wohl zu gut. Immer ein Kämpfer. Ganz wie dein Vater. Freue dich, mein Kind. Denn bald siehst du ihn wieder. Du wirst ihn mir geben. Wie ihr wünscht. Faszinierend. Eine beeindruckende Macht. Aber wenn du denkst, das würde dich retten, dann liegst du falsch. Ja, fürchte mich nur. Ich schrecke dich nieder, Assassine. Ein kluger Trick. Aber nutzlos. Du hältst mich nicht auf. Du hältst mich nicht auf. Du hältst mich nicht auf. Ein kluger Trick. Aber nutzlos. Nein. Das wirst du mir nicht nehmen. Es ist vorbei, Rodrigo. Leg die Waffen nieder. Und ich werde euch ein schnelles Ende gewähren. Wirklich, Ezio? Und wenn es andersherum wäre, würdest du so schnell aufgeben? Finden wir es doch raus. Endlich. Und jetzt zurück zu dir. 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 Und jetzt zurück zu dir.